Hey Leute, ich bin Swin und heute gibt's mal wieder ein weiteres Battle mit dem Pad. Moin! Moin, moin! Und zwar heute ein Hide-and-Seek-Battle. Wir haben eine richtig nice Map hier rausgesucht. Wie man sehen kann, es sieht schon mal echt heftig aus. Da kann man reinspringen, um die Map zu starten. Da will man gern reinspringen, ne? Ja, machen wir gleich. Hier kann man die Runden einstellen. Zum Beispiel hier, ich kann mal den Schalter betätigen. Sechs Runden, äh, sechs Minuten. Lassen wir einfach mal so. Da kann man das Team auswählen. Also, einer sucht immer und einer versteckt sich. Und ich bin jetzt mal in dem Team Bats. Okay, und wir können mal reinspringen, Leute. Okay, let's go! Let's go! Oh, guck mal, wie krass aussieht, wenn du ESC drückst. Escape? Oh ja, das sieht nice aus da oben. Okay, jump down to... Oh! Ah, wir müssen hier oben warten. Wow! Oh, okay, ich muss mich verstecken. Also, ich hab jetzt hier so quasi, wow, wie ich aussehe, so einen Sauger. Und Pat ist ein Geist. Und ich muss ihn quasi einsaugen. Dann hab ich gewonnen. Lol. Und, ja, Leute, falls ihr mehr von solchen Battles sehen wollt, von so Head & Seek Battles, lasst jetzt mal ein Like da. Lasst ein Abo, da wird mich freuen. Oh, drei Sekunden noch. Und ich hab dann fünf Minuten, nee, sechs Minuten Zeit, um den Pat als Geist einzusaugen. Die Zeit läuft. Pat hat sich versteckt. Also hier auch noch so ein Drache und so. Wow. Oh, okay, Ghost Alive 5. Was? Aber eigentlich ist es nur ein Ghost hier, ein Geist. Das sind so Fake Geister, glaub ich. Oh, okay, das kann gut sein. Ich hab da aber noch... Ich hab was gehört. Aber ich bin der einzig Wahre, ne? Ja, und ich finde, ich muss ich auch finden. Aber wo bist du? Oh, oh, er hört sich auch schon wie ein Geist an. Oh, da sehe ich einen. Ne, Moment, was ist das? Ne, das war... Ah, so eine Mülltonne. Das war nicht, das war nicht Pat. Hier, ach, da ist eine Mülltonne. Oh, bist du in der Nähe? Welche Mülltonne? Da war echt eine. Oh, lol. Hier ist ein Tor. Ach, ich... Okay, Five more souls to unlock this. Die Map ist riesig. Wie soll ich hier jemals jemanden finden? Das ist schon nicht einfach, ne? Ne, auf keinen Fall. Kann man in das Schloss auch reingehen? Ähm, okay, jetzt habe ich... Ja, jetzt hast du dich verraten. Jetzt habe ich dich... Jetzt hast du dich verraten. Also, sorry. Ne, das ist hier viel... Also, kann man reingehen? Man kann reingehen. Aber bist du hier drin? Ja, ist schon sehr, sehr groß, ne? Ja, wir können uns Tipps geben. Ich glaube, sonst klappt das hier nicht. Also, ich bin nicht im Schloss, wirklich nicht. Okay, was haben wir hier? Oh, hier braut jetzt was zusammen. Jetzt habe ich eine Potion. Glow Potion. Also, ich denke, der Tipp ist schon ganz gut, ne? Okay, nicht im Schloss. Ich habe die Potion einfach verwarfen. Keine Ahnung, was das soll. Vor allem, wie riesig ist der Mond, bitte? Also, schau einfach nur draußen, würde ich hier rein. Okay, okay, okay. Ich schaue nur draußen. Das ist auf jeden Fall besser. Ich weiß noch nicht mal, wie Perl jetzt hier aussieht. Hast du mich schon gesehen? Ich glaube schon einmal, ja. Einmal schon. Ach, okay, da ist wieder der Start. Hier kann ich sogar... Oh! Lol. Okay, ich habe was geanlockt. Aber... Ich habe mich voll erschrocken. Echt, es ist so laut. Ja, jetzt geht es hier rein. Aber da kannst du ja gar nicht drin sein, wenn ich das geanlockt habe. Okay, aber ich glaube nicht... Da kann ich mich in der Sonne verstecken. Boah, ich... Also, es ist schon sehr heftig. Es ist viel zu... Es ist viel zu groß. Hier ist ein Geist. Ich habe einen Geist eingesammelt. Hier sind ganz viele. Jetzt habe ich endlich... Das ist nämlich so krass an Luigis Mansion von der Gamecube damals, wo der diese Geister einsammelt hat. Ah, ja, ja, ja. Vielleicht ist es auch... Ja. Oh, und jetzt muss ich die Geister... Jetzt kann ich auch schneller... Äh, nicht so schnell rennen. Jetzt muss ich die leeren. In der Mülltonne. Hier ist eine. Da reinmachen. Okay, plus fünf Punkte. Aber Pat war nicht dabei. Bei den Geistern. Aber ich sehe... Ich kann dich sehen. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Dreh dich um. Okay, geradeaus. Geradeaus. Ja, ich kann sagen. Was ist für dich? Als ob du das bist. Geradeaus. Geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Geradeaus. Links. Nach links. Jetzt nochmal links. Jetzt die Treppe hoch. Du hast mich doch gejolt. Genau. Ich schreibe nochmal rüber. Alter. Ich schreibe nochmal rüber. Wo bist du? Wo bist du? Er kann mich... Du kannst mich irgendwo sehen. Ich kann dich sehen, ja, ja. Aber... Alter, der Geist, der ist so klein. Irgendwo sein. Die Zeit läuft davon. 30 Sekunden. Wow, da hinten. Vor allem, ich habe dich ganz nah gesehen. Als ob ich dich nicht einsaugen kann. Hab ich dich? Jawohl. Oh, okay. Ja, bei der Hexe hier. Aber... Oder bei dem Magier. So, hier. Kommst rein. Jawohl. Nice. Einfach in den Mülleimer gesteckt. In den Müll, 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 in den Müll. Und du bist... Du suchst, oder? Ich glaube schon. Magic weg. 9000. Epic Ghost. Kann ich jetzt zum epischen Geist werden? Okay, okay. Jetzt muss ich mich irgendwo gut verstecken. Hier rein. Das ist ja krass, wie diese Texturen hier aber auch aussehen, ne? Ja, die sehen echt geil aus. Ach, ich kann die Geister hier versammeln quasi. Die sind dann überall... Ah, die hast du auch da versammelt? Deswegen waren so viele an einem Stück, ne? Anscheinend schon, ja. Ja, stimmt. Die kannst du überall quasi als als Fake versammeln. Okay. So, dann wollen wir mal, ne? Ja. Die Map ist halt echt so groß, ne? Die ist riesig. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber auf jeden Fall nicht weiter bewegen. Also bleib da, wo du jetzt bist, weil sonst habe ich wirklich gar keine Ahnung. Okay, 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 okay. Sag mal einen Moment, wenn du mich sehen kannst. Das ist einfach aus dem Interesse, okay? Okay, okay. Alter, dahinter kannst du auch noch laufen. Willst du mich veräppeln? Ich brauche mal... Alter, die Texturen hier. Das sieht halt alles so nice aus. Ja, Mann. Muss man... Ich habe was Neues entdeckt, das hast du bestimmt noch... Wow, was? Hier geht's auch... Okay, okay, okay. Jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, ob ich dich gleich sehe. Ich sehe dich. Da sehe ich dich rumlaufen. Siehst du auch meine Geister, die ich da eingesammelt habe? Ich kann mich nicht eingrenzen. Bist du denn... Oh, ich habe einen Geist gefangen. Sehr nice. Okay. Bist du denn im Haus drinnen oder draußen? Okay, ich verrate dir was. Ich bin gar nicht da, wo du gerade bist. Dann, dann... Okay, ich gebe dir vielleicht... Ich will dir eigentlich nicht zu früh einen Tipp geben. Ja, kann nicht verstehen. Vielleicht... Ich suche nochmal ein bisschen. Oh, du hast gerade was eingesorgt. You've captured two ghosts. Find the trash. Okay, das weiß ich. Ja. Drei jetzt davon. Oh, ja, meine Geister sammelst du einen. Jetzt ist meiner voll, jetzt ist meiner voll. Jetzt muss ich irgendwie einen Mülleimer finden, aber... Ich weiß gar nicht, wo... Wo finde ich diesen Mülleimer? Also da, wo gerade der Mülleimer stand, ist keiner mehr. Echt? Okay, irgendwo... Wo da unten sammelst du was ein? Okay, okay, okay. Was machst du jetzt? Gute Frage, ne? Eigentlich, ich habe mich ein bisschen verraten, wenn du darauf geachtet hättest. Ehrlich? Ich kann dir was sagen. Ah, nee, ich möchte noch nicht zu viel sagen. Aber es sieht so krass hier aus, hier oben. Ähm, ja. Oh, drei Punkte. So, sieben habe ich schon. Ich könnte was Neues aufschließen sogar. Also ein neues Tor. Mich woanders verstecken mit den... Materialien, die ich hier angesammelt habe. Okay, Pelt. Such mal vielleicht ein bisschen im Haus. Im Haus, okay. Ich habe dich überall gesehen. Da kann ich ja vielleicht nicht so wirklich außen sein. Was? Wie glaubst du diese Map, Alter? Also man kann ja auch ruhig mal gerne mit mehreren Spielern zocken. Das lohnt sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr. Pee. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, bis du bei mir bist, da vergehen Zeiten. Da vergehen Zeiten. Kameraden. Ja, aber eine Vermutung, wo du sein könntest. Ja. Oh ja. Ich habe dich auf jeden Fall gerade da gesehen. Wie du auf dem Dach da mich suchst. Nee, nee. Ach so, du bist ja falsch. Denkst du, das verrate ich dir? Das ist halt so groß hier, ne? Also... Das ist riesig. Das ist viel zu groß. Und ich war auf dem Dach, Kollege. Aber leider jetzt nicht mehr. Hä? Wie? Du musst verstehen bleiben. Ich habe mich gar nicht gesehen. Ja, ich muss hier ein bisschen weg. Ich muss hier irgendwie ein bisschen weg. Ich muss hier ganz weg. Ich will mal hier was freikaufen. Ich weiß nicht, ob du das dann... Hä? Ich kann... Oh! Hast du das gesehen, was ich geanlockt habe? Ja, aber ich weiß nicht, wo es ist. Da wahrscheinlich, ne? Ui. Ich komme. Nein, niemals. Ich komme. Ich komme. Was? Feld? Hast du mich nicht gerade gesehen? Du bist einen Meter an mir vorbeigelaufen. Ich habe mich hinter so einem Block versteckt. Oh mein Gott, oh, das ist knapp. Ich dachte, du siehst mich. Du bist direkt zu mir gerannt. Jetzt bin ich wieder hier oben, wo du gerade vorhin warst. Alter, was? Oh, da bin ich. Hallo. Alter, ist das krass. Ich war so schlecht. Oh, ich muss überleben. Ja, das ist halt echt ein bisschen unfair. Also normalerweise, man könnte es auch mit 16 Spielern spielen. Ich würde dich gar nicht bemerken. Ach, du wirst heller im Licht und dunkler im Schatten. So ist das. Wow. Oh, okay, okay. So, das war es dann aber auch. Weil ich ein Geist bin. Ab mit dir in den Müll jetzt. Nein, als ob du mich... Als ob du mich... Oh, ich werde... Ich wurde fast eingesaugt. Komm, ich will das noch einmal sehen. Nein. Jetzt habe ich dich hier drin. Ab in meinen... Nein, ich habe es aber glaube ich nicht. Vielleicht auch drei, zwei. Da war doch ein Müllzene. Nein. Oh, ach, du musstest mich noch abgeben. Ja, ja. Oh, crazy. Aber ich habe mehr. Andi, du hast mehr Punkte. Mist. Leute, wir machen das auf jeden Fall mal mit mehr Spielern. Jetzt wissen wir immerhin schon mal so ein bisschen die Map. Also die ist echt krass. Auch von den Animationen hier. Von den Texturen. Ist heftig. Also Leute, falls ihr mehr davon sehen wollt. Jetzt mal gerne alle liken. Lasst ein Abo da. Danke an Pat. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Und ciao. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.